Der August ist für viele noch ein Urlaubsmonat, aber die Sterne versprechen auch Produktivität, Erfindergeist und interessante Finanztendenzen. In der Liebe sorgt die wilde Lilith gleich zu Beginn des Monats für Aufregung, aber auch Liebesgöttin Venus macht prickelnde Aspekte für Flirt und Erotik. Wie wir am besten damit umgehen und wie die Konstellationen sich für die zwölf Sternzeichen auswirken, erfahrt ihr in diesem Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast. In diesem Beitrag geht es um die kosmischen Tendenzen im August, bei denen Erfinderplanet Uranus eine große Rolle spielt. Die Timecodes zu eurem Sternzeichen und anderen wichtigen Inhalten findet ihr unten in der Videobeschreibung unter dem Horoskope-Shop bzw. in den Shownotes, wenn ihr das Horoskop als Podcast hört. Als erstes habe ich Neuigkeiten und Geschenke für euch. Dann schauen wir uns die Konstellation des Monats genauer an und anschließend kommt dann der Teil mit den zwölf Sternzeichen. Neu ist in diesem Monat, dass ich mir eine neue Struktur für die Deutung überlegt habe. Im Intro-Teil mit der kosmischen Schwingung werde ich sämtliche wichtigen Planeten, Daten und Aspekte und ihre Deutung bringen. Deswegen solltet ihr euch auf jeden Fall gleich die kosmische Schwingung erstmal anschauen bzw. anhören. Bei den einzelnen Sternzeichen erwähne ich dann die wichtigsten Daten, also Neumond und Vollmond und bestimmte Planetenübergänge, die für das jeweilige Sternzeichen besonders stark wirken. Und ihr könnt das alles auch nachlesen. Es gibt ja jetzt die Texte zu den einzelnen Sternzeichen und zur kosmischen Schwingung für kleines Geld als PDF zum Download. Und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. Als Geschenk verlose ich in diesem Monat ein persönliches Partnerhoroskop auf der Basis eurer Geburtsdaten. Näheres zur Verlosung und wie ihr daran teilnehmt, findet ihr im Serviceteil am Ende des Videos. Und hier ist meine Gewinnerin aus der Verlosung im Juli. Ein Lilith-Buch mit persönlicher Widmung geht an Ivy. Herzlichen Glückwunsch, du hast geschrieben, du bist Sternzeichen Zwillinge. Für dich ist das eine besonders spannende Zeit jetzt, wenn die Lilith durch die Zwillinge läuft. Viel Spaß mit dem Buch. Bitte melde dich unter der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse mit deiner Postanschrift, damit wir dir das Buch zuschicken können. Zu Lilith in den Zwillingen gibt es jetzt auch ein Videospecial mit der Bedeutung dieses Transits für alle 12 Sternzeichen und das verlinke ich euch hier auf der Infokarte. Und wenn ihr das nachlesen wollt, gibt es die Lilith in den Zwillingen jetzt auch als Dossier günstig zum Download auf meiner Homepage und den Link setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Und jetzt schauen wir in die Konstellationen vom August. Wir starten in den Monat mit Sonne und Merkur im Löwen. Eigentlich eine Konstellation, um sich super zu fühlen und positiv zu denken. Vom 30. Juli bis zum Neumond am 8. August bilden sich jedoch noch schwierige Aspekte mit Saturn, der bremst und prüft und anschließend mit Uranus, der ausbrechen und erneuern will. Wir können also nicht immer so, wie wir wollen. Aber das Ganze findet in einem positiven Aspekt zu Chiron statt. Es könnte also sein, dass wir gefordert sind, nicht nur unserem Vergnügen und unseren persönlichen Wünschen zu folgen, sondern Schwächeren zu helfen oder auch unsere eigenen Schwächen anzuschauen. Und wenn wir das respektvoll und achtsam tun, ist eine Heilung der jeweiligen Situation möglich. Und da haben dann alle was davon. Venus und Mars stehen ja jetzt in der Jungfrau. Das ist schon eine etwas kühlere Energie als im heißen Löwen im Juli. Andererseits bilden beide sehr interessante Aspekte zu Aufreger Uranus und später auch zu Machtplanet Pluto. Dadurch werden neue Kräfte geweckt, die geschäftlich, finanziell und beruflich günstig sind und die Produktivität fördern. Es geht gleich los mit einem super Aspekt zwischen Venus und Uranus vom 1. bis 4. August. Der ist günstig für Finanzen mit einem Überraschungsmoment dabei. Es könnte zum Beispiel Lottoglück bringen, Erfolge mit mutigen Spekulationen oder auch eine überraschende Zuwendung. Fällt die Konstellation in die sozialen Häuser oder das Partnerhaus, kann sie auch den Beginn einer heißen Liebesaffäre anzeigen. Darauf bin ich dann jeweils auch bei den Sternzeichenhoroskopen nochmal eingegangen. Und alle wichtigen Konstellationen und Aspekte findet ihr im Skript der kosmischen Schwingung aufgelistet. Ebenfalls gleich zu Beginn des Monats haben wir einen ziemlich aufregenden Aspekt mit Lilith. Die steht ja jetzt hier ganz Anfang Zwillinge und wird zwischen dem 29. Juli und dem 2. August von Mars heraus gefordert. Und das Ganze wird von dem Mond verstärkt. Dadurch hat man in diesen wenigen Tagen ziemliche Liebesverwicklungen, die da in der Luft liegen. Eventuell gibt es auch Kämpfe um Gleichberechtigung. Das passiert häufig, wenn Lilith und Mars aufeinandertreffen. Zum Beispiel können Genderfragen in diesen Tagen ein ganz heißes Thema werden. Jupiter ist beteiligt und das kann eine solche Sache vorübergehend zu ziemlicher Größe aufblasen. Auch der Mondknoten ist eingebunden. Das heißt, im persönlichen Erleben kann eine sehr heiße Liebesaffäre beginnen, die möglicherweise eingefahrene Geschlechterrollen und Beziehungsmuster infrage stellt. Ihr seht schon, die erste Augustwoche bis zum Neumond ist recht aufregend. Und wir gehen am besten damit um, indem wir auf allen Ebenen achtsam bleiben und nicht einfach unseren ersten Impulsen folgen. Um innerlich gelassen und klar zu bleiben, könnt ihr auch die 90-Sekunden-Regel anwenden. Die ist immer gut bei kritischen Mars-Aspekten. Ihr kennt die 90-Sekunden-Regel noch nicht oder wollt sie nochmal in Ruhe nachlesen? Dann könnt ihr sie auch als Dossier gegen eine kleine Gebühr auf meiner Homepage herunterladen. Am Sonntag, den 8. August um 15.49 Uhr ist Neumond im Löwen. Mit dabei steht der Merkur. Deswegen ist dieser Neumond gut geeignet für Rituale, Affirmationen und Zaubersprüche. Im Löwen sind Denken und Sprache besonders lebhaft, ausdrucksstark und wirkmächtig. Das könnt ihr also für euer jeweiliges Ritual ausnutzen. In den Stunden vor dem Neumond bildet der Mond Aspekte zu Uranus, die für Überraschungen sorgen können. Vielleicht ändert ihr plötzlich euer Thema oder es passiert etwas, das ihr noch schnell mit in euer Ritual einbauen wollt. Und dann macht das ruhig auch. Anregungen, wie man ein persönliches Ritual gestalten kann, findet ihr in meinem Dossier zum persönlichen Ritual und auch das gibt es auf meiner Homepage zum Download. Verlinke ich euch ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Und nachher gehe ich dann bei den einzelnen Sternzeichen auch noch jeweils auf die möglichen Neumond-Themen für euch ein. Spannende Venus-Aspekte gibt es dann wieder vom 7. bis zum 13. August. Da bildet die Venus eine Opposition zu Verzauberungsplanet Neptun und gleich danach einen Harmonie-Aspekt zu Machtplanet Pluto. Da sind dann Verliebtheit und Sehnsucht angezeigt. Das sind sehr romantische Aspekte, die auch tief unter die Haut gehen können. Ideal, um sich zu verlieben, wenn es die oder der Richtige ist. In dieser Zeit müsst ihr sehr darauf achten, wem ihr vertrauen könnt. Und das gilt auch für finanzielle Partnerschaften. Venus-Pluto, das ist eine starke Verbindung für Reichtum und finanzielle Macht und es ist wichtig, dass man sich mit den richtigen Leuten auf einer soliden Basis verbindet. Wenn das alles stimmig ist, könnt ihr in den Tagen vom 10. bis 13. August einen lukrativen Vertrag unterschreiben. In der Nacht zum 12. August geht der Merkur in die Jungfrau, wo er traditionell herrscht und sich gut entfalten kann. In den nun folgenden drei Wochen kann man gut mit Details umgehen, sich sortieren und effektiv arbeiten. Besonders Büroarbeiten und Sachen, die mit Rechnen zu tun haben. Bis zum 18. August wärmt der Merkur dabei die Spannung von Mars und Lilith nochmal auf. Dann kann es nochmal zu heißen Diskussionen um Gleichberechtigung und Genderfragen kommen, sowohl in persönlichen Beziehungen wie auch gesellschaftlich. Am 16. August geht die Venus in die Waage und das ist ganz wunderbar, denn da herrscht sie traditionell und kann ihre beziehungsfördernden, charmanten Kräfte bis zum 10. September besonders schön entfalten. Vom 18. bis zum 22. August gibt es nochmal eine ganz besondere Konstellation mit Uranus, Mars und Merkur. Die bringt einen neurologischen Kick. Die Kräfte erzeugen eine enorme geistige Anregung und einen großen Ideenreichtum. Und weil das alles in Erdzeichen stattfindet, könnten dabei wirklich brauchbare Erkenntnisse herauskommen, die uns auf der praktischen Ebene weiterbringen. Uranus wird hier nicht nur von den Aspekten angeregt, er wird auch am 20. August rückläufig und entfaltet dadurch starke Kräfte, die konstruktiv genutzt werden können. Ich bin gespannt, wie sich das zeigen wird. Bitte meldet mir zurück, falls ihr in dieser Zeit einen besonderen Durchbruch oder Geistesblitz habt. Gleichzeitig haben wir in dieser Zeit eine Art Göttinnen-Gipfel zwischen Venus und Lilith. Die bilden dann einen günstigen Aspekt. Schwierige Liebesangelegenheiten können sich dann zum Besseren wenden und man hat mehr Verständnis füreinander oder entdeckt Gemeinsamkeiten und neue Perspektiven. Außerdem ist dann auch wieder der Mondknoten beteiligt. Auch hier kann wieder eine tolle Liebesaffäre beginnen. Am Sonntag, den 22. August, passieren mehrere Dinge auf einmal. Um 14.01 Uhr ist Vollmond im Wassermann. Das ist der zweite in diesem Jahr. Auch der Vollmond im Juli fiel in den Wassermann. Diesmal stehen Sonne und Mond im allerletzten Grad Löwe bzw. Wassermann und aktivieren dabei Jupiter. Das ist eine positive und gesellige Konstellation. Da kann sich vielleicht schon eine erste Manifestation dessen zeigen, was ihr euch zum Neumond überlegt hattet. Mit Jupiter sieht man dann das Gute darin und die neuen Perspektiven, die sich auftun. Gleichzeitig entsteht eine aufbauende Verbindung zwischen Venus und Saturn und das heißt, Liebe und Verantwortung gehen Hand in Hand. Das ist sehr günstig für unsere Beziehungen und auch, um sich vertraglich zu binden. Die Konstellationen eignen sich gut für ein Vollmondritual und auf die möglichen Themen gehe ich auch noch mal bei den einzelnen Sternzeichen ein. Ab Sonntagnacht um 23.34 haben wir dann Jungfrausaison. Die Sonne geht in die Jungfrau, wo auch Mars und Merkur stehen. Das heißt, die organisierenden und umsichtigen Kräfte der Jungfrau erhalten für die kommenden vier Wochen starken Auftrieb. Aufpassen müssen wir nur, dass wir nicht zu kritisch und perfektionistisch werden. Besonders Gesundheitsthemen scheinen dann wieder stark im Fokus zu stehen. Zum einen natürlich, weil das Sternzeichen Jungfrau ohnehin mit dem Thema Gesundheit in Verbindung steht. Aber es kommt zusätzlich eine Herausforderung auf uns zu. Vom 23. August bis zum 3. September werden Merkur und Mars in einer Spannung zu Neptun stehen. Das ist ein schwieriger Aspekt, der einen Anstieg des Infektionsgeschehens anzeigen kann. Mars ist ja die Immunabwehr. Merkur und Mars in der Jungfrau sind starke Hinweise darauf, dass Gesundheitsthemen heiß diskutiert werden. Und gegenüber der Neptun, das habe ich euch ja schon öfter erklärt, der steht eben auch für die versteckten Feinde, sprich die Erreger, die uns befallen und eine Immunreaktion auslösen. In dieser Zeit ist also Vorsicht und Rücksichtnahme geboten und eventuell haben wir dann auch schon wieder mit neuen Einschränkungen zu tun. In den Tagen vom 24. bis 27. August wird außerdem die Venus eine Spannung zu heiler Planet Chiron bilden, verstärkt durch den Mond. Und das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass uns Gesundheitsthemen in Atem halten werden. Im persönlichen Erleben kann dieser Aspekt auch psychologische Verletzungen durch Beziehungsthemen oder Konflikte anzeigen. Wir sollten also in diesen Tagen besonders achtsam und liebevoll mit unseren Herzallerliebsten umgehen. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, dass wir mit Geschick, dem Mut zu einschneidenden Schritten und mit den richtigen Allianzen in der letzten Augustwoche auch sehr erfolgreich sein können. Merkur bildet nämlich im gleichen Zeitraum, also auch vom 24. bis 27. August, einen starken Verhandlungsaspekt zu Machtplanet Pluto. Im privaten Horoskop ist das ein sehr günstiger Finanz-, Verkaufs- und Verhandlungsaspekt. Und ich bin darauf auch in den Sternzeichenhoroskopen eingegangen. Am 30. August wechselt der Merkur in die Waage und unterstützt dann die Kräfte der Venus für drei Wochen. Das bringt wieder mehr Leichtigkeit und Inspiration in unser Erleben und in die Kommunikation. In der ersten Septemberwoche haben wir dann eine Reihe von günstigen Aspekten für positive gesellschaftliche Impulse und künstlerische Inspiration. Und damit beschäftigen wir uns dann in dem Horoskop für den September. Das waren meine Gedanken zur kosmischen Schwingung im August. Und jetzt schauen wir uns an, wie die Konstellationen für die einzelnen Sternzeichen wirken. Ein Tipp wäre, dass ihr euch neben eurem Sternzeichen auch das Zeichen eures Aszendenten anschaut. Das kann auch sehr aufschlussreich für euch sein. Ich wünsche euch gute Erkenntnisse und wir beginnen in der Reihenfolge des Tierkreises mit den Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Hallo, ihr wunderbaren Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Ich hoffe, ihr könnt die Sommerzeit genießen, solange die Sonne noch im Löwen steht und damit prächtige Aspekte zur Widersonne bildet. Sie bringen Lebensfreude und Liebeslust. In der ersten Augustwoche seid ihr gleichzeitig durch eine Verantwortung gefordert, die sich in eurem Freundes- und Bekanntenkreis abspielt. Da gibt es offenbar eine wichtige Aufgabe. Deswegen geht es wohl nicht nur ums Spaß haben, sondern vielleicht auch darum, gemeinsam ein Projekt zu stemmen. Achtet da mal drauf. Auch wenn das vielleicht vorübergehend anstrengend ist, es lohnt sich bestimmt, wenn ihr euch da einbringt. Vorsicht nur dann, wenn es sich um etwas Finanzielles handelt. Beispielsweise, wenn ihr einem Bekannten Geld leihen sollt oder euch selber Geld von Freunden leihen wollt. Oder wenn jemand euch überreden will, ein gemeinsames Finanzrisiko einzugehen. Wartet in dem Fall lieber noch ab bis zum Neumond am 8. August. Danach stehen die Finanzsterne besser. Wichtig für euch ist im August, dass der Mars ja jetzt durch die Jungfrau läuft und das ist bei euch im Gesundheitsbereich. Es kann also nicht schaden, wenn ihr besonders auf eure Ernährung achtet und falls ihr zum Beispiel zu Allergien neigt, versucht, den Auslösern aus dem Weg zu gehen. Und wenn ihr euch eine kleine Verletzung zuzieht, lasst es nicht schleifen, denn der Mars kann eine verstärkte Neigung zu Entzündungen und Fieber und starke Immunreaktionen mit sich bringen. Auf der anderen Seite macht er auch Lust, aktiv zu werden und die Gesundheit durch passende sportliche Aktivitäten zu unterstützen. Am 8. August ist Neumond im Löwen und der steht super schön für euch und zwar in mehrerer Hinsicht. Ihr könnt ein Herzensprojekt beginnen oder ein neues Sportprogramm starten. Auch das Thema Heilung ist stark angesprochen und falls ihr ein gesundheitliches Anliegen habt und eine neue Methode ausprobieren wollt, eignet sich der Neumond sehr gut, um damit zu beginnen. Da er auf einen Sonntag fällt, habt ihr auf jeden Fall genug Zeit, euch in einer Meditation über eure Wünsche klar zu werden. Den Singles unter euch kann dieser Neumond auch eine neue Liebesaffäre bescheren, wobei ihr in der ersten Monatshälfte Leute vor allem über berufliche Gelegenheiten trefft oder auch im Gesundheitsbereich. Tatsächlich könnt ihr euch in jemanden verlieben, den ihr als Heiler oder Ärztin aufsucht. Richtig gut zum Flirten und Kennenlernen wird es dann ab dem 16. August, wenn die Venus in die Waage geht und dann durch euer kosmisches Partnerhaus läuft. Ihr habt dann für drei Wochen eine fabelhafte Liebesphase, aber nicht nur für die Liebe, sondern auch für Geselligkeit und für alle Arten von Treffen mit netten Leuten. Auch eure feste Partnerschaft kann davon profitieren, wenn ihr gemeinsam mit interessanten Menschen etwas unternehmt und dabei könnt ihr auch euren Bekanntenkreis erweitern. In der zweiten Monatshälfte ist außerdem die Heilung einer Liebesangelegenheit möglich, wobei auch Gespräche mit guten und seriösen Freundinnen und Freunden helfen können. Beruflich bringt der Monat ebenfalls viele Aktivitäten. Wenn euer Urlaub schon vorbei ist und ihr wieder arbeiten müsst, dürftet ihr gut zu tun haben. Wie gesagt, die erste Woche solltet ihr euch mit finanziellen Entscheidungen zurückhalten, aber vom 18. bis zum 23. August habt ihr eine wirklich starke Finanzphase. In der Zeit könnt ihr gut verhandeln, um mehr Geld oder andere Vorteile zu erhalten. Ihr habt geniale Ideen, die sich auszahlen können und das ist auch eine gute Phase für alle, die sich auskennen, um ein finanzielles Risiko einzugehen. Am 22. August haben wir Vollmond im Wassermann und der aktiviert bei euch nochmal den Bereich Liebeslust und Lebensfreude und auch eure sozialen Aktivitäten. Er fällt auf einen Sonntag und das ganze Wochenende ist super schön, um etwas zu unternehmen und falls möglich auszugehen und gemeinsam mit lieben Menschen Kunst und Kultur zu genießen. Für den Rest des Monats sind die Aspekte ausgezeichnet, um beruflich voranzukommen und eure Position zu stärken. In der Nacht zum 23. August geht die Sonne in die Jungfrau und aktiviert dann für vier Wochen alle Angelegenheiten rund um euren Arbeitsplatz. Einziger Wermutstropfen kann sein, dass jemand hinter eurem Rücken gegen euch intrigiert und zwar in der letzten Augustwoche. Da müsst ihr gegebenenfalls ein Auge drauf haben. Umgekehrt solltet ihr auch darauf achten, dass ihr nicht jemanden, der etwas stiller und zurückhaltender ist, in eurer Aktivität übergeht, denn das könnte böses Blut verursachen. Achtet da bitte auf die Zeichen und zwar besonders, wenn euer Geburtstag in die letzten Tage des Wetterzeichens fällt, denn dann habt ihr ja noch mit Pluto zu tun, der Machtkämpfe anzeigt. Aber die Aspekte sind insgesamt so günstig, dass auch heikle Situationen sich wahrscheinlich zum Guten wenden. Und am 30. August geht der Merkur in die Waage und damit in euer Partnerhaus und aktiviert dann nochmal für drei Wochen die Möglichkeit, nette Leute zu treffen und ins Gespräch zu kommen. Das waren eure Tendenzen im August und wenn ihr das alles nochmal nachlesen wollt, könnt ihr euch das Skript zu eurem Sternzeichen gegen eine kleine Gebühr als PDF herunterladen, genauso wie auch die kosmische Schwingung mit allen Daten und Planeteninfos. Den Link dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stier-Astendenten. Gleich in den ersten August-Tagen dürft ihr mit einer angenehmen Überraschung rechnen. Es kann in der Liebe sein, dass ihr plötzlich jemand Tolles kennenlernt oder ihr erhaltet eine finanzielle Chance und dann solltet ihr direkt zuschlagen und nicht lange abwarten. Die Liebesplaneten Venus und Mars stehen im August günstig für euch. Das beflügelt die Lust auf Kuscheln und Erotik, sowohl in euren festen Beziehungen als auch, wenn ihr jemanden neu kennengelernt habt. Außerdem ist es auch eine schöpferische Kraft. Falls ihr also alleinstehend seid, nicht traurig sein. In diesem Monat könnt ihr mit euren Herzensprojekten sehr gut vorankommen. Auch im Karrierebereich eures Horoskops ist einiges los. Da sieht es in der ersten Augustwoche nach einer wichtigen Aufgabe oder Verantwortung aus. Bis zum 8. August entsteht da ein Spannungsfeld zwischen euren beruflichen Verpflichtungen, den Bedürfnissen eures Privatlebens und der Familie und euren ganz persönlichen Wünschen und Freiheiten. Es zieht euch gewaltig dahin, genau das zu tun, wozu ihr Lust habt. Aber ihr müsst gegebenenfalls schauen, ob sich das mit den anstehenden Aufgaben oder Verpflichtungen verträgt. Am Sonntag, den 8. August, ist Neumond im Löwen und der aktiviert alle Angelegenheiten rund um euer Privatleben, die Familie und eure Wohnsituation. Gleichzeitig steht ja weiterhin Saturn langfristig in eurem Karrierehaus und zeigt, dass ihr viel zu tun habt und wichtige Entscheidungen treffen müsst. Und dann noch der Uranus in eurem eigenen Zeichen, der euch auffordert, euren eigenen Weg zu gehen. Das sind mehrere Baustellen auf einmal und ihr könnt die Neumondphase nutzen, um euch darüber klar zu werden, wie viel Energie ihr in welchen Lebensbereich stecken wollt oder könnt und was das für Konsequenzen hat. Jetzt im August zeigen Venus und Mars, dass euch persönliche Dinge, Herzensprojekte, die Partnerschaft oder vielleicht auch eine besondere Liebesaffäre wichtiger zu sein scheinen als Verpflichtungen. Wenn ihr es einrichten könnt, solltet ihr dem auch nachgehen, vor allem in der ersten Augusthälfte. Aber ihr müsst halt immer auch die langfristigen Entwicklungen im Auge behalten. Am 16. August wandert eure Herrscherin, die Venus, in die Waage. Sie entfaltet dann besonders angenehme und auch kreative Kräfte. Das könnte sich bei euch im Bereich der Gesundheit und des Arbeitsalltags abspielen. Falls ihr dann wieder arbeitet, spricht das für eine gute Atmosphäre und angenehme Begegnungen im Job. Wenn ihr dann noch frei habt oder auch Urlaub macht, bietet es sich an, in der 2. Augusthälfte etwas für eure Gesundheit und Wellness zu tun. Im Zusammenspiel mit Lilith gibt es zwischen dem 16. und 20. August auch eine interessante Phase, um Geld in Kunst oder ein Herzensprojekt zu investieren. Auch dann, wenn die Rendite nicht sicher ist. Es spricht einiges dafür, dass ihr persönlich Freude an diesen Investitionen haben werdet. Vielleicht ist es auch einfach etwas Außergewöhnliches zum Anziehen oder zum Dekorieren oder das Kunstwerk einer Freundin, die ihr unterstützen möchtet. Der Mars bleibt weiterhin in der Jungfrau und stärkt eure Vitalität und Lebensfreude. Er kann auch die Lust mit sich bringen, im Garten zu werkeln, etwas zu reparieren oder im Heim etwas zu verschönern. Ihr wollt dann auf eine Art produktiv sein, die gleichzeitig auch Spaß macht. Am Sonntag, den 22. August, passieren zwei wichtige Dinge. Einmal haben wir da um 14.01 Uhr den Vollmond im Wassermann. Der aktiviert Glücksplanet Jupiter bei euch im Karrierehaus und eignet sich daher, falls ihr gerne zu Vollmond meditiert, um über euer berufliches Fortkommen nachzudenken. Und Sonntagnacht um 23.34 Uhr geht die Sonne in die Jungfrau. Sie aktiviert dann für vier weitere Wochen den Bereich eurer Lebensfreude und schenkt euch Energie für eure persönlichen Projekte. Ihr könnt natürlich diese angenehme Kraft auch nutzen, um beruflich voranzukommen. Unterstützt werdet ihr dabei auch von Merkur, der euch gute Ideen vermittelt. Zur gleichen Zeit steht der Mars endlich mal günstig zum Uranus bei euch im Zeichen und das beschleunigt tolle Einfälle und geniale Ideen. Es ist auch ein sehr guter Aspekt für technische Angelegenheiten. Stiergeborene, die Spaß an Autos und Geschwindigkeit haben, werden in diesen Tagen das Fahren genießen oder sich ihrem Hobby widmen wollen. Ist auch ein guter Aspekt, falls ihr euch ein neues umweltfreundliches Auto kaufen wollt, das technisch auf der Höhe ist. Bis zum Monatsende bleiben die Tendenzen sehr angenehm für euch und unterstützen eure Produktivität und Kreativität. Falls ihr etwas für eure Gesundheit tun wollt, beispielsweise alternative Heilerinnen finden oder eine neue Heilmethode ausprobieren, eignet sich dafür die letzte Woche des Monats. Das waren eure Tendenzen im August und die könnt ihr auch noch mal nachlesen. Es gibt jetzt den Text zu eurem Sternzeichen für kleines Geld als PDF zum Download, genauso wie auch die kosmische Schwingung mit allen Daten und Planeteninfos. Den Link dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Hallo, ihr fabelhaften Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten. Eure Familie und euer Heim scheinen diesen Monat besonders wichtig zu werden und gleich zu Beginn des Monats kann es dort zu gewissen Reibungen kommen. Wahrscheinlich, weil ein männlicher Mitbewohner pingelig ist oder euch Vorschriften machen will. Die Lilith steht ja jetzt bei euch im Zeichen und ihr legt mehr als sonst Wert darauf, dass euer persönlicher Freiraum respektiert wird. Das gilt vor allem für die Mai-Zwillinge. Mit weiblichen Familienmitgliedern oder Mitbewohnerinnen habt ihr dagegen eine gute Zeit. Anfang August steht sogar eine überraschende finanzielle Zuwendung in den Sternen. Vielleicht gibt es einen Zuschuss für die Urlaubskasse. Gleichzeitig müsst ihr in der ersten Augustwoche mit möglichen Hindernissen rechnen, die durch andere verursacht werden. Falls ihr zum Beispiel mit Leuten verreisen wollt, seid ihr euch vielleicht uneinig über das Reiseziel oder die Unterkunft. Möglich auch, dass berufliche Entwicklungen euch noch in Anspruch nehmen, weil Entscheidungen auf sich warten lassen oder unklar sind. Aber wirklich die Laune verderben wird euch das wahrscheinlich nicht, denn Sonne und Merkur im Löwen stehen sehr inspirierend für euch, sodass ihr aus jeder Situation das Beste machen könnt. Und mit dem Neumond im Löwen am 8. August verfliegen die meisten Unstimmigkeiten. Der Neumond steht sehr inspirierend für euch und schenkt euch viele gute Einfälle. In der Neumond-Meditation könnt ihr diesen Strom der Inspiration auf das Thema lenken, was euch derzeit wichtig ist. Braucht ihr beruflich neue Ideen, wird euch etwas Gutes einfallen. Wolltet ihr schon immer mal privat Tagebuch schreiben und eure Gedanken sortieren, ist das ebenfalls ein gutes Datum, um damit zu beginnen. Und auch, wenn ihr etwas Neues lernen möchtet. Ab dem Neumond und bis zum 16. August ist für die Festliierten unter euch eine positive Phase. Ihr habt einen schönen Zusammenhalt und falls ihr etwas gemeinsam für euer Heim oder eure Familie anschaffen wollt, solltet ihr den Kauf in diese Woche legen. Wenn ihr noch Single seid oder eure Liebessituation nicht gefestigt ist, sind das allerdings verwirrende Tage, voller romantischer Gefühle und Unklarheit. Ein Flirt, der dann beginnt, lässt sich noch nicht einschätzen. Aber ihr braucht nur abzuwarten bis zum 16. August, denn dann geht die Venus in die Waage und bildet für drei Wochen ganz wunderbare Aspekte zur Zwillinge Sonne und anfangs auch zur Lilith in eurem Zeichen. Perfekt für die Liebe, für erotische Kuschelstunden und auch für den gemeinsamen Genuss schöner Dinge, Kunst und Kultur. Dann seht ihr eure Beziehungen auch klarer. Die Tage vom 16. bis 24. August sind besonders vielversprechend, um jemand Neues zu treffen, denn dabei wird auch der Mondknoten bei euch im Zeichen aktiviert. Und das ist ja der Schicksalsanzeiger für neue Begegnungen. Und falls das im Urlaub oder auf Reisen geschieht, sind die Chancen gut, dass eine Urlaubsliebe danach noch weiter besteht. Diejenigen von euch, die Urlaub zu Hause machen oder schon wieder zurück sind, dürfen sich auf eine lustige Zeit mit netten Überraschungen freuen, zum Beispiel unerwarteten Besuch. Vielleicht steht ja jemand, den ihr neu kennengelernt habt, mit Blumen vor der Tür. Der Vollmond im Wassermann am 22. August, der aktiviert Glücksplanet Jupiter und das alles im günstigen Aspekt zur Zwillinge-Sonne und zwar besonders für die Geborenen der dritten Dekade. Falls ihr gerne zu Vollmond meditiert, denkt ruhig mal über eure größeren und weiter in der Zukunft liegenden Pläne nach. Wahrscheinlich könnt ihr dazu schöne Eingebungen erhalten. Sonntagnacht verlässt die Sonne dann den Löwen und geht in die Jungfrau und danach fließt für vier Wochen viel Energie in den privaten Bereich eures Horoskops. Sei es, dass ihr Besuch bekommt oder dass ihr Lust habt, euer Heim schön zu gestalten und zum Beispiel mit Mitbringseln aus dem Urlaub zu dekorieren. Die kommenden vier Wochen eignen sich auch gut zum Aufräumen, denn eine aufgeräumte Umgebung ist auch gut für ein klares und sortiertes Denken und Arbeiten. Die letzte Augustwoche bringt beruflich wichtige neue Überlegungen und die können mit dem Homeoffice und dem Arbeitsplatz zu tun haben. Durchaus möglich, dass ihr andere Vorstellungen davon habt als eure Firma, wie das in Zukunft laufen soll. Vielleicht wollt ihr gern auch weiterhin zeitweise im Homeoffice arbeiten oder der Arbeitsplatz wird nun aufgelöst und das kostet euch Energie und nachdenken. Achtet bitte in der Zeit vom 22. August bis zum 3. September darauf, dass im Job keine Entscheidungen hinter eurem Rücken getroffen werden, sondern dass alles ganz transparent vor sich geht. Fragt gegebenenfalls genau nach oder haltet alles fest schriftlich, was besprochen wird. Und im Zweifelsfalle spielt auf Zeit, denn ab dem 5. September habt ihr eine günstige Verhandlungsposition. Das waren eure Tendenzen im August und wenn ihr das alles nochmal nachlesen wollt, könnt ihr euch das Skript zu eurem Sternzeichen gegen eine kleine Gebühr als PDF herunterladen, genau wie auch die kosmische Schwingung mit allen Daten und Planeteninfos. Den Link dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Die Liebesplaneten stehen in der ersten Monatshälfte sehr angenehm für euch und legen nahe, dass ihr freundliche Liebesbotschaften bekommt, gute Gespräche führen könnt und auch gedanklich sehr schöpferisch und inspiriert seid. Falls ihr jetzt im Urlaub seid, habt ihr vielleicht Lust, vor Ort an einem kreativen Ferienkurs teilzunehmen. Ein Tipp wäre auch, euch von der lokalen Kunst und Kultur anregen zu lassen. Durchaus möglich, dass ihr das eine oder andere schöne Mitbringsel für euer Zuhause findet. Auch falls ihr mit Freunden zusammen Urlaub macht, werdet ihr eine schöne Zeit haben. Und wenn ihr überlegt, eure Geschwister mal wieder zu treffen, sind dafür die ersten beiden Augustwochen besonders gut geeignet. Zum Flirten sind diese Sterne ebenfalls wunderbar, vor allem, wenn euch liebe Freunde jemanden vorstellen. Für die Festliierten gibt es zu Beginn des Monats ein paar Anspannungen, die sich rund um die Finanzen drehen können. Das habe ich ja schon im Juli-Video angedeutet. Da stehen vielleicht wichtige Gespräche und Überlegungen an und es lohnt sich, diesen Themen nicht aus dem Weg zu gehen. Denn die übrigen Sterne sorgen dafür, dass ihr eine angenehme und sachliche Ebene findet, darüber zu sprechen und zu einem Konsens zu kommen. Gegebenenfalls würden euch auch gute Freunde helfen, in Gesprächen eure Gedanken zu sortieren und euren Standpunkt zu finden. Die meisten Anspannungen legen sich mit dem Neumond am 8. August im Löwen. Der aktiviert den Wertebereich eures Horoskops, also genau diese Fragen rund ums Geld, um gemeinsamen Besitz, entweder in euren privaten Beziehungen oder mit Geschäftspartnern. In der Neumond-Meditation könnt ihr zum Beispiel um Erkenntnisse darüber bitten, was eure Werte sind und was ihr braucht, um euch wertvoll zu fühlen. Der Neumond bietet die Chance für einen gemeinsamen finanziellen Neuanfang oder auch die Entscheidung, eine größere, wichtige Anschaffung für die Zukunft zu tätigen. Ihr könnt dabei auf eure Intuition vertrauen. Die ist in diesen Tagen ganz ausgezeichnet. Nur für den Fall, dass in der ganzen Angelegenheit noch irgendetwas unklar ist, wartet lieber noch ein paar Tage und schaut euch das Ganze nach dem 11. August nochmal genau an, bevor ihr eine Entscheidung trefft. In der Liebe kommt mit dem Neumond nochmal eine ganz tolle Phase für die Singles, nämlich vom 8. bis 15. August. Ein Flirt kann dann sehr intensiv und romantisch werden. Haltet euch mal das Wochenende vom 14. und 15. für die Liebe frei. Beruflich dürfte der Monat insgesamt sehr produktiv sein. In der ersten Augustwoche kann euch zum Beispiel eine Entscheidung gelingen, die euch bisher Schwierigkeiten gemacht hatte. Und vom 17. bis 26. August habt ihr ein berufliches Highlight, vor allem für kreatives Marketing, Überzeugungsarbeit und Präsentation. Das ist auch eine sehr inspirierte Phase, wenn ihr mit Wort und Text arbeitet, recherchiert und rechnet. Ihr seid dann super scharfsinnig. Falls ihr zum Beispiel im Controlling arbeitet, entgeht euch nichts. In dieser Phase könnt ihr richtige Geistesblitze haben. Deshalb haltet stets Notizblock oder Smartphone bereit, um solche Einfälle festzuhalten. Für euer Privatleben ist interessant, dass am 16. August die Venus in die Waage wechselt und dann für drei Wochen der Bereich des Wohnens und der Familie aktiviert ist. Das ist eine freundliche Tendenz, günstig für Besuch und um euer schönes Heim zu dekorieren. Manchmal wünscht ihr euch dabei, dass eure Mitbewohner sich mehr einbringen und auch mal was für euch machen würden. Dann solltet ihr nicht schmollen, sondern das freundlich ansprechen. Man unterstützt euch wahrscheinlich gern. Am Sonntag, den 22. August, haben wir den Vollmond im Wassermann und der aktiviert erneut dieses Wertethema in eurem Horoskop und außerdem Glücksplanet Jupiter. Dann zeigt sich vielleicht ein erster Erfolg oder eine gute Perspektive in Bezug auf eure gemeinsamen Finanzen. Die Tage darauf würden sich eignen, gemeinsam etwas Wichtiges zu kaufen, an dem ihr lange Freude haben werdet. Sonntagnacht um 23.34 Uhr geht die Sonne in die Jungfrau und bringt nochmal für vier Wochen eine angenehme und inspirierende Energie in euer Liebesleben und überhaupt in euer Leben. Insgesamt sind der ganze August und weite Teile des Septembers super schön für euch, um eure Kontakte zu pflegen, die unter der Corona-Zeit so sehr gelitten haben. Ihr solltet jede Gelegenheit nutzen, solange wir die Freiheit haben, Freunde, Geschwister, Nachbarn und die Familie wiederzusehen. In der letzten Augustwoche habt ihr außerdem einen tollen Zusammenhalt mit festen Beziehungspartnern, Mitbewohnern und eurer Familie. Genießt es! Das waren eure Tendenzen im August und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Es gibt jetzt den Text zu eurem Sternzeichen für kleines Geld als PDF zum Download, genauso wie auch die kosmische Schwingung mit allen Daten und Planeteninfos. Den Link dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Hallo ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten! Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im August Geburtstag habt. Für die Festliierten sieht es so aus, als ob euch euer Schatz etwas Schönes und Wertvolles zum Geburtstag schenkt. Macht euch bitte nicht zu verrückt, falls der Monat etwas gebremst startet. Die Sonne im Löwen muss noch bis zum 3. August durch einige Prüfungsaspekte mit Saturn hindurch. Wenn sich also Hindernisse auftun, seht es als Test dafür, ob ihr wirklich hinter einer Sache steht. Ab dem 4. August geht es wieder gut voran und das Wochenende vom 7. und 8. August eignet sich vorzüglich für eine größere Geburtstagsparty. Allerdings gibt es dann noch einen Aspekt mit Überraschungsplanet Uranus. Es kann also sein, dass jemand überraschend vor der Tür steht, den ihr gar nicht eingeladen hattet oder jemand anders plötzlich absagt, aber insgesamt wird es bestimmt eine tolle Party. Venus und Mars befinden sich im August in der Jungfrau. Das ist prinzipiell gut für eure Finanzen. Falls jemand Schulden bei euch hat, solltet ihr die nun anmahnen und ihr bekommt, was euch zusteht. Umgekehrt solltet ihr aber auch eure eigenen finanziellen Verpflichtungen auf jeden Fall einhalten. Gleich in der ersten Augustwoche könnt ihr auch mit einer überraschenden finanziellen Zuwendung rechnen. Wahrscheinlich seitens der Chefetage, beispielsweise weil ihr eine Extraschicht eingelegt habt. Oder ihr trefft eine schnelle Entscheidung und die bringt auch Geld. Wenn ihr jetzt Urlaub habt, könnt ihr auf Reisen auch etwas für eure Gesundheit tun. Falls sich also an eurem Urlaubsort die Gelegenheit ergibt für eine schöne Anwendung wie Massage oder etwas anderes, was euch inspiriert, solltet ihr das wahrnehmen. In der Liebe profitieren die Löwen der dritten Dekade von Glücksplanet Jupiter im Partnerhaus und treffen gute Leute. Die übrigen Löwen haben mehr mit der bremsenden Kraft von Saturn zu tun. Das heißt, es ist nicht so leicht, einen Flirt aufzubauen. Ihr braucht mehr Geduld und müsst vielleicht Widerstände überwinden. Aber das kann sich lohnen. Denn wenn man es schafft, unter der Beteiligung von Saturn eine neue Beziehung anzufangen, sind die Chancen hoch, dass daraus etwas längerfristiges wird. Am Sonntag, den 8. August, ist Neumond im Löwen. Für euch ist das der wichtigste Neumond im ganzen Jahr, denn er lenkt die Kräfte der Erneuerung in euer Zeichen und damit in euer Herz. Auch Denkplanet Merkur steht dabei. Das heißt, ihr werdet gute Inspirationen erhalten, wenn ihr euch Zeit für eine Neumond-Meditation nehmt. Als Thema bietet sich an, über eure persönliche Entwicklung nachzudenken. Wohin wollt ihr euch in den nächsten zwölf Monaten entwickeln? Was wollt ihr in eurem neuen Lebensjahr erreichen? Erfinderplanet Uranus ist auch beteiligt und so dreht es sich für viele Löwen auch um neuartige Entwicklungen im Leben, speziell im Beruf und in der Karriere. Uranus wird auch manchen überraschenden Geistesblitz zu euren Überlegungen beisteuern. Und damit ihr solche Eingebungen nicht vergesst, haltet Notizblock oder Smartphone bereit und auch das Traumtagebuch, denn nachts im Schlaf können euch ebenfalls Eingebungen kommen. Der Neumond ist auch gut geeignet, um über euer Liebes- und Beziehungsleben nachzudenken. Entweder ihr überlegt, was ihr gemeinsam mit dem festen Partner erreichen wollt oder ihr macht eine Meditation dazu, wie euer Wunschpartner aussehen soll. Rund um den Neumond haben wir schöne romantische Tendenzen für die fest liierten Löwen. Falls es um ein Geburtstaggeschenk geht, warum zieht ihr nicht gemeinsam los und sucht etwas Schönes aus? Beruflich habt ihr in der Woche nach dem Neumond eine starke Phase, in der ihr Entscheidungen treffen könnt, die euch finanziell voranbringen. Ihr könnt dann sehr gut verhandeln, wenn es ums Geld geht. In der zweiten Monatshälfte erhalten eure sozialen Aktivitäten Auftrieb durch die Venus, die dann in die Waage geht. Falls ihr beim Flirten und Kennenlernen nicht weitergekommen seid, könnt ihr jetzt den Faden nochmal aufnehmen. Die Chancen stehen gut, dass ihr bis in die erste Septemberwoche hinein mit angenehmen, interessanten Menschen ins Gespräch kommt, beziehungsweise dass bereits laufende Bekanntschaften wieder richtig Spaß machen. Auch beruflich profitiert ihr von diesem Venus-Transit, besonders wenn ihr in den sozialen Medien oder im Verkauf tätig seid. Am 22. August passieren gleich zwei wichtige Dinge. Um 14.01 Uhr ist Vollmond im Wassermann und der aktiviert eure Beziehungsachse und Glücksplanet Jupiter. Das ist vor allem für die Löwen der dritten Dekade ein toller Vollmond zum Flirten oder sich bei einem begonnenen Flirt näher zu kommen. Am gleichen Tag spätabends um 23.34 Uhr verlässt die Sonne euer Zeichen und zieht weiter in die Jungfrau. Sie aktiviert dann in den kommenden vier Wochen den Finanzbereich eures Horoskops. Wenn der Urlaub dann vorbei ist, könnt ihr euch auf eine gute berufliche und finanzielle Phase freuen, die sich auch im September weiter fortsetzt. Das waren eure Tendenzen im August. Wenn ihr das nochmal in Ruhe nachlesen wollt, könnt ihr euch das Skript zu eurem Sternzeichen für kleines Geld als PDF herunterladen, genauso wie auch die kosmische Schwingung mit allen Daten und Planeteninfos. Den Link dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im August Geburtstag habt. Die Tendenzen sehen freundlich für euch aus. Vor allem für die Liebe ist es richtig prickelnd, denn die beiden Liebesplaneten Venus und Mars stehen bei euch im Zeichen. Das macht euch zu wahren Flirtmagneten. Und wenn ihr schon in einer festen Beziehung seid, solltet ihr euch gleich das Wochenende vom 31. Juli und 1. August für eine schöne Unternehmung zu zweit frei halten. Das würde eurer Partnerschaft gut tun. Einige von euch, besonders die Jungfrau-Ascendenten, brauchen zurzeit mehr Ruhe und Rückzug. Falls ihr Urlaub habt, solltet ihr jetzt keine Vertretung annehmen, sondern euch lieber darum kümmern, dass ihr eure Batterien mal wieder aufladen könnt. Und falls euer fester Schatz euch dazu drängt, euch mehr Zeit für die Beziehung und zum Ausspannen zu nehmen, solltet ihr unbedingt auf ihn oder sie hören. Beruflich kann die 1. Augustwoche eine Konfliktsituation mit sich bringen. Falls ihr einen Flirt im beruflichen Zusammenhang am Laufen habt, seid dann bitte sehr vorsichtig, damit euer Ruf nicht leidet. Vielleicht geht es aber auch darum, dass ihr mit einer weiblichen Vorgesetzten aneinander geratet, denn mit dem Mars in eurem Zeichen seid ihr nicht so schnell wie sonst bereit, zurückzustecken. Es kann sich trotzdem lohnen, abzuwarten bis nach dem 11. August, denn danach habt ihr eine stärkere Verhandlungsposition und findet diplomatische Wege zu erreichen, was ihr wollt. Gegebenenfalls könnt ihr den Neumond im Löwen am 8. August nutzen, um euch über diese Situation klar zu werden. Er aktiviert bei euch die Heilerachse des Horoskops und regt euch an, eventuelle Probleme aus einer spirituellen Sicht zu betrachten und ein wenig Abstand zu gewinnen. Ganz abgesehen davon ist das ein schöner Neumond, wenn ihr im Bereich Heilung und Spiritualität arbeitet. Er kann euch sehr inspirieren und ist auch gut geeignet, falls ihr zum Beispiel ein Heilritual abhalten wollt, denn Affirmationen und Zaubersprüche haben dann eine besonders große Kraft. Im Anschluss an den Neumond habt ihr nicht nur beruflich eine gute Phase, sondern auch für die Liebe. Vorausgesetzt, die Basis von Vertrauen und Offenheit stimmt, könnt ihr dann Liebeserlebnisse genießen, die unter die Haut gehen und eure Verbindung vertiefen. Am 16. August verlässt die Venus euer Zeichen und zieht weiter in die Waage. Sie aktiviert dann für drei Wochen den Finanzbereich eures Horoskops und ihr habt dann finanziell und beruflich sehr günstige Tendenzen. Vom 19. bis zum 26. August ist zum Beispiel eine super Phase, um Verbesserungen am Arbeitsplatz zu erreichen. Kollegen, die bisher vielleicht Entwicklungen blockiert haben, zeigen sich dann deutlich geschmeidiger und wohlwollender. Wichtig ist dabei, dass ihr eure Wünsche und Vorstellungen sehr klar kommuniziert und das Besprochene schriftlich festhaltet. Denn zeitgleich wird der Neptun bei euch im Partnerhaus aktiviert. Das ist auch zwischenmenschlich wichtig. Ihr solltet in der Zeit vom 20. August bis zum 3. September darauf gefasst sein, dass euer Gegenüber sich zwar super freundlich zeigt, aber mit der wahren Meinung hinterm Berg hält. In der Zeit können sich auch Begegnungen oder sogar Flirts mit Leuten ergeben, die ein bisschen chaotisch sind und sich Hilfe von euch erhoffen. Da wäre der Tipp der Sterne, dass ihr euch einfach Zeit nehmt, eine solche Situation näher in Augenschein zu nehmen und erst mal keine verbindlichen Zusagen macht, bevor ihr euch eurer Sache nicht sicher seid. Am 22. August mittags um 14.01 Uhr haben wir den Vollmond im Wassermann. Der aktiviert noch mal die Heilerachse eures Horoskops und vielleicht zeigen sich dann schon erste Ergebnisse in Bezug auf Projekte und Wünsche, die ihr zu Neumond mit Energie aufgeladen habt oder begonnen habt. Am gleichen Tag, und das ist super wichtig für euch, geht spätabends um 23.34 Uhr die Sonne ins Zeichen Jungfrau und aktiviert dann für die kommenden vier Wochen eure Vitalität und Lebensfreude. Bis zum Monatsende habt ihr dann einen sehr erfolgreichen Verhandlungsaspekt mit Merkur und Pluto. Das bedeutet, ihr seid sehr gut darin, andere von eurem Standpunkt oder eurer Geschäftsidee zu überzeugen. Falls ihr am Samstag, den 28. euren Geburtstag feiert, dürft ihr mit einer netten Überraschung rechnen. Familie und Freunde lassen sich etwas einfallen. Gesundheitlich seid ihr im August wahrscheinlich sehr fit. Nur die Zeit vom 30. August bis zum 5. September ist etwas kritischer. In der Zeit ist das Infektionsrisiko erhöht. Gebt da bitte auf euch Acht. Aber eure Vitalkräfte sind super. Die Sonne in der Jungfrau bildet während der gesamten Jungfrausaison stärkende und anregende Aspekte, die euch auf vielen Ebenen nach vorn bringen werden. Das waren eure Tendenzen im August. Wenn ihr das alles nochmal nachlesen wollt, könnt ihr euch das Skript zu eurem Sternzeichen und auch zur kosmischen Schwingung jetzt für kleines Geld als PDF downloaden. Den Link dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Hallo, ihr fabelhaften Vagegeborenen und Vage-Ascendenten. Wenn die Sonne im Löwen steht, bekommt ihr immer schöne Aspekte für euer soziales Leben und euer berufliches Netzwerk. Bis zum 22. August habt ihr also eine gute Phase, um eure Herzensprojekte voranzutreiben und im Job voranzukommen. Wenn ihr jetzt noch Urlaub habt, ist es eine schöne Zeit, um etwas mit Freunden zusammen zu unternehmen. Wobei es vom 1. bis 3. August zu einer Prüfungssituation kommen kann. Da muss sich dann erweisen, ob eine Businessbeziehung oder Freundschaft hält, was sie verspricht. Ihr könnt euren Teil beitragen, indem ihr euch verlässlich an Absprachen haltet und bei Schwierigkeiten nicht gleich das Zutrauen verliert. Vielleicht handelt es sich nur um ein überschaubares Hindernis, das noch aus dem Weg geräumt werden muss. In der Liebe kann die 1. August-Hälfte sich noch etwas ruhiger gestalten, jedenfalls für die Singles unter euch, die jemand Neues kennenlernen wollen. Es fällt euch nicht so leicht, eure Gefühle zu zeigen oder wahrgenommen zu werden. Das ändert sich aber ab dem 16. August. Für fest liierte Wagen bringt dagegen die 1. August-Woche wahrscheinlich eine angenehme Liebesüberraschung. Die kann auch finanzieller Natur sein, zum Beispiel durch einen Gewinn, den euer Partner oder Partnerin macht, was eurer gemeinsamen Kasse zugute kommt. Am Sonntag, den 8. August, ist Neumond im Löwen. Der aktiviert den Bereich eurer Freundschaften und Netzwerke und falls es dort tatsächlich Anfang August zu Unstimmigkeiten gekommen sein sollte, könnt ihr nun einen Neuanfang wagen oder auch ein ganz neues Projekt starten. Der Neumond eignet sich außerdem, um eine Beziehungsangelegenheit zu heilen oder um eine Versöhnung anzustreben, wenn mit jemandem, der euch wichtig ist, etwas im Argen liegt. Gesundheitlich könnt ihr in den Tagen nach dem Neumond etwas empfindlich sein, da solltet ihr euch nicht zu viel zumuten. Kraft und Rückhalt findet ihr in dieser Zeit seitens eurer Familie. Auch beruflich gibt es vom 7. bis zum 11. August eine etwas heikle Phase. In dieser Zeit müsst ihr darauf achten, dass nicht Dinge hinter eurem Rücken geschehen, die sich nachteilig für euch auswirken können. Am 16. August kommt es zu einer spürbaren Energiewende, denn dann geht eure Herrscherin, Liebesgöttin Venus in die Waage und erfüllt euch für die kommenden drei Wochen mit ihren beziehungsfördernden und inspirierenden Kräften. Für drei Wochen erhalten dann alle Bereiche, die für euch wagen, besonders wichtig sind, Auftrieb, die Liebe, die Kunst, Beziehungen und der persönliche Wohlfühlfaktor. Ihr habt in dieser Zeit eine umwerfende Ausstrahlung und die Menschen suchen eure Nähe. Wenn alles gut läuft, fühlt ihr euch wie in einem einzigen Tanz. Wenn ihr Single seid, ist das eine tolle Zeit, in der ihr mühelos Traumpartner in euer Leben ziehen könnt. Und das Ganze auch noch mit der Aussicht, dass sich daraus eine längerfristige Bindung entwickelt. Am Sonntag, den 22. August mittags um 14.01 Uhr ist Vollmond im Wassermann. Die Sonne steht dann noch im Löwen und die Konstellation aktiviert Glücksplanet Jupiter im Kreativbereich eures Horoskops. Wenn ihr künstlerisch tätig seid, kann das eine schöne Energie sein, um Inspirationen zu empfangen. Gegebenenfalls könnt ihr euch das Vollmondwochenende freihalten, um kreativ zu sein. Sonntagnacht um 23.34 Uhr geht die Sonne dann in die Jungfrau und aktiviert für die kommenden vier Wochen den spirituellen Bereich des Waagehoroskops. Das ist eine schöne Energie, wenn ihr spirituell arbeitet und viel in Kontakt mit der geistigen Welt seid. Es kann aber auch sein, dass ihr vorübergehend das Gefühl habt, schneller erschöpft zu sein. Es würde euch gut tun, wenn ihr euch in den Wochen bis zum 15. September zwischendurch zurückziehen könntet, wenn ihr das braucht, um wieder aufzutanken. Ihr solltet in dieser Zeit auf euren Körper hören und nicht pausenlos durchmachen. Es gibt dann noch eine etwas heikle Phase für eure Beziehungen vom 24. bis zum 28. August. Dann wird nämlich die Venus heiler Planet Chiron bei euch aktivieren. Und der steht ja im Partnerhaus und der Mond macht dann da auch noch mit. Während dieser Zeit können Liebeserlebnisse tief unter die Haut gehen und alte Verletzungen anrühren. Intensive, aber auch schmerzliche Liebesmomente oder Begegnungen sind möglich. Es geht jedoch immer darum, etwas in euch oder den beteiligten Personen zu transformieren und zu heilen. Wenn ihr euch auf solche Prozesse einlasst, werdet ihr gemeinsam mit den beteiligten Personen lange davon profitieren. Auch liebevolle Gespräche mit der Familie sind in der Zeit möglich, ebenso wie heilsame Botschaften aus der geistigen Welt. Am 30. August geht der Merkur in die Waage und dann kehrt eure gewohnte Leichtigkeit wieder zurück. Das waren eure Tendenzen im August und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Es gibt jetzt den Text zu eurem Sternzeichen für kleines Geld als PDF zum Download, genauso wie auch die kosmische Schwingung mit allen Daten und Planeteninfos. Den Link dazu findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpionaszendenten. Im August seid ihr viel mit anderen beschäftigt, mit euren Partnerschaften und der Familie, beim Flirten, im Urlaub und im Job. Ihr könnt sehr erfolgreich sein, aber wahrscheinlich bleibt nicht allzu viel Freiraum für euch selbst und eure persönlichen Angelegenheiten. In der Liebe kommen immer wieder neue Impulse von Unruhestifter Uranus, der ja langfristig bei euch im Partnerhaus steht. Partner und Bekannte bringen neue Themen in euer Leben und das kann recht unerwartet geschehen. Falls ihr noch Single und auf der Suche seid, ist das natürlich angenehm, wenn so viel Bewegung im Partnerhaus ist, denn dadurch erhöht sich die Chance, dass ihr Leute kennenlernt, auch wenn sich das gelegentlich überraschend gestaltet. Die Zeit bis zum 16. August verspricht überwiegend positive Erfahrungen in Liebe, Flirt und Freundschaft und das nicht nur auf der Gefühlsebene. Ihr könnt nun mit Menschen, die euch viel bedeuten, auch praktische Dinge auf die Beine stellen oder euch gegenseitig mit Rat und Hilfe unterstützen. Möglich auch, dass aus Freundschaft Liebe wird. Beruflich kann es sein, dass der Monat trotz Urlaubszeit mit größeren Anforderungen startet, zum Beispiel, weil ihr wichtige Entscheidungen treffen müsst. Außerdem habt ihr bis zum 4. August einen sehr günstigen Finanzaspekt, sowohl für Spekulationen und Trading als auch für einen überraschenden Gewinn, zum Beispiel durch eine gute Geschäftspartnerschaft oder weil euch jemand aus eurem Netzwerk einen wertvollen Tipp gibt. Der Neumond im Löwen am Sonntag, den 8. August fällt in euer kosmisches Karrierehaus und so kann es sein, dass ihr gedanklich stark damit beschäftigt seid, wie es hier weitergeht und wohin ihr euch entwickeln wollt. Demgegenüber scheint es aber auch Verpflichtungen in eurem Privatleben zu geben, auf die ihr Rücksicht nehmen müsst und da entsteht ein gewisses Spannungsfeld. In der Neumond-Meditation könnt ihr darum bitten, dass ihr Wege findet, wie ihr beides unter einen Hut bringen könnt. Wenn euch in der Zeit bis zum Neumond eure Gesundheit mehr beschäftigt, könnt ihr dort auch Fortschritte machen. Dann wäre es sinnvoll, dass ihr überlegt, inwiefern eure berufliche Tätigkeit und eure Karriereziele sich mit eurer Gesundheit vertragen. Der Neumond bietet eine gute Gelegenheit, hier neue Wege zu gehen und eure gesundheitlichen Bedürfnisse besser zu integrieren und zu berücksichtigen. Die erste Augustwoche wäre übrigens auch gut geeignet, falls ihr auf der Suche nach neuen Heilmethoden seid. In der Woche nach dem Neumond habt ihr sehr gute Sterne, um zu verhandeln und Kontakte zu pflegen und zu knüpfen, die euch auch beruflich nützlich sein können. Und das kann auch im Rahmen freundschaftlicher Begegnungen und Partys stattfinden. Deshalb solltet ihr Einladungen unbedingt annehmen. Im Job solltet ihr keine Alleingänge starten, sondern mit Leuten gemeinsam an einem Strang ziehen. Gut möglich auch, dass ihr gefördert werdet oder ihr könnt selbst als Mentorinnen oder Mentoren Gutes tun. Die Zeit vom 11. bis 21. August verspricht Gewinne, wenn ihr den Mut zum Risiko habt. In der Liebe kann es ab dem 16. August für die Singles unter euch etwas ruhiger werden. Ihr könnt dann auch weiterhin interessante Leute treffen, das auf jeden Fall, aber die Gefühle der Verliebtheit springen nicht so schnell an. Wenn ihr fest liiert seid, habt ihr in der zweiten Augusthälfte öfter mal Freude daran, mit dem festen Schatz und der Familie das Gefühl von Zusammenhalt und Sicherheit bei euch zu Hause zu genießen. Also nach außen hin seid ihr weiterhin gesellschaftlich aktiv, aber euer Familienleben kann für euch ein Ort des Rückzugs und des Auftankens werden. Vielleicht habt ihr aber auch eine wichtige Verantwortung im Familienkreis zu stemmen, die Zeit und Rückzug erfordert. Am 22. August ist Vollmond im Wassermann. Die Sonne steht dann noch im Löwen und die Konstellationen beleuchten das Spannungsfeld zwischen Beruf und Familienverantwortung. Vielleicht zeigt sich zu Vollmond schon ein neuer Lösungsweg. Am 22. spätabends geht die Sonne dann in die Jungfrau und belebt für die kommenden vier Wochen erneut euer Gesellschaftsleben, Freundschaften und euer berufliches Netzwerk. Die beruflich starke Phase setzt sich dann noch bis zum 10. September fort. Ihr müsst bitte nur in der letzten Augustwoche darauf achten, dass Mitstreiter oder Freunde keine Luftschlösser bauen. Wahrscheinlich kommt euch die Aufgabe zu, neue Projekte auf ihre Realitätstauglichkeit zu prüfen und das wird euch gelingen, denn ihr seid super scharfsinnig. Das waren eure Tendenzen im August und die könnt ihr auch noch mal nachlesen. Es gibt jetzt den Text zu eurem Sternzeichen für kleines Geld als PDF zum Download, genau wie auch die kosmische Schwingung mit allen Daten und Planeteninfos. Den Link dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Ich hoffe, ihr habt den Juli genießen können mit den schönen Aspekten von Venus und Mars im Löwen. Mittlerweile stehen die beiden in der Jungfrau und dadurch verändert sich die Energie. Es gibt jetzt mehr zu regeln und wahrscheinlich auch beruflich zu entscheiden. Vor allem die erste Augusthälfte kann dahingehend ein bisschen stressig sein. Wenn ihr noch Urlaub habt, müsst ihr damit rechnen, trotzdem mit beruflichen Angelegenheiten befasst zu sein, zum Beispiel indem man euch um eine Vertretung bittet. Oder wenn ihr selbstständig seid, ergeben sich Fragestellungen oder auch Chancen, über die ihr nachdenken müsst. Und das kann sich lohnen, denn darin stecken einige finanzielle Chancen für euch. Gleich in der ersten Augustwoche haben wir einen fabelhaften Finanzaspekt. Falls sich da eine lukrative berufliche Chance für euch ergibt, solltet ihr nicht lange zögern, sondern zugreifen. In der Liebe habt ihr eine etwas heikle Phase vom 31. Juli bis zum 11. August. Wenn ihr Single und auf der Suche seid, lauft ihr Gefahr, euch in jemanden zu täuschen oder in eine Liebessituation mit Heimlichkeiten hinein zu geraten. Vor allem eine Liebelei mit jemandem aus der Vorstandsetage kann Komplikationen mit sich bringen. Und ihr oder auch die andere beteiligte Person seht in diesen Tagen gar nicht ein, wieso ihr euch verstecken sollt. Ihr wollt zu eurer Liebe stehen. Wartet trotzdem lieber ab, bis ihr klarer seht, bevor ihr Dinge ans Licht bringt, die euch und anderen das Leben schwer machen können. Das hat mit dem Einfluss von Lilith und dem Mondknoten zu tun, die ja bei euch jetzt im Partnerhaus stehen und das gilt vor allem für die Novemberschützen. Aber auch andere Planeten in eurem Horoskop können diese Einflüsse natürlich empfangen. In der zweiten Monatshälfte erhält die Liebe dann richtig Auftrieb. Für diejenigen von euch, die sich bewusst eine Auszeit nehmen und Urlaub machen und die Gedanken an Job und Verpflichtungen beiseite schieben können, sind die ersten drei Wochen im August recht unbeschwert. In der ersten Augusthälfte könnt ihr auch Urlaub und Gesundheitsfürsorge miteinander verbinden und durch Wellnessanwendungen oder ein aufbauendes Sportprogramm etwas für euer Wohlbefinden tun. Der Neumond am Sonntag, den 8. August steht günstig für euch und ihr könnt diese Energie nutzen und um mehr Klarheit und Zielgerichtetheit bitten. Es ist ein guter Neumond, um Pläne zu machen und zu schauen, inwieweit ihr mit euren Zielen wirklich in Resonanz steht. Denn egal wie kompliziert eine Situation ist, wenn ihr voll dahinter steht, könnt ihr sie auch meistern. Ihr könnt in der Meditation auch um innere Führung bitten. Auf jeden Fall ist das ein sehr inspirierender Neumond mit vielen positiven Impulsen. In der Woche nach dem Neumond habt ihr einen weiteren fabelhaften Finanzaspekt. Wenn es in der Zeit etwas zu verhandeln gibt, könnt ihr damit sehr erfolgreich sein und euren Umsatz verbessern. Allerdings solltet ihr dabei nicht unbedingt auf den Rat von Familienmitgliedern hören, auch wenn die es gut meinen. Es ist wahrscheinlich, dass sie die Sache nicht überblicken und euch eher konfus machen. Es sei denn natürlich, ihr arbeitet mit Familienmitgliedern professionell zusammen, aber auch dann solltet ihr euch genau vergewissern, was wer meint, damit ihr an einem Strang zieht und realistisch bleibt. Ab dem 16. August und bis zum 10. September habt ihr eine harmonische Zeit für euer Beziehungsleben. Falls ihr eine neue Romanze begonnen habt, kann die sich nun positiv entwickeln. Wenn ihr Single seid, stellen euch vielleicht Freunde jemanden vor, der oder die euch gefällt. Auch Internet-Dating bringt richtig nette Kontakte. Und die Zeit ist günstig, um eure Freundschaften und euer berufliches Netzwerk zu pflegen. Fest liierte erleben schöne Zeiten mit ihren Partnern und dem gemeinsamen Freundeskreis. Wenn ihr zwischen dem 18. und 23. August jemanden kennenlernt, kann daraus auch eine langfristige Beziehung werden. Auch beruflich ist die zweite Monatshälfte recht ergiebig. Technische Verbesserungen am Arbeitsplatz sind dann zum Beispiel möglich. Am Sonntag, den 22. August ist Vollmond im Wassermann. Der steht günstig zu euch und vielleicht zeigt sich dann schon, wie ihr die Pläne und Ziele, über die ihr zu Neumond nachgedacht habt, verwirklichen könnt. Sonntag spätabends geht die Sonne dann in die Jungfrau und aktiviert anschließend für vier Wochen den Karrierebereich eures Horoskops. Bis zum 27. August sind dann wieder gute Tage, um erfolgreich Finanzverhandlungen zu führen. Und ab dem 30. belebt der Merkur für drei Wochen eure Geschäftskontakte und gesellschaftlichen Aktivitäten. Das waren eure Tendenzen im August und das könnt ihr jetzt auch alles nochmal nachlesen. Es gibt den Text zu eurem Sternzeichen für kleines Geld als PDF zum Download, genau wie auch die kosmische Schwingung mit allen Daten und Planeteninfos. Den Link dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Trotz Urlaubszeit habt ihr praktisch den ganzen August über eine der besten und produktivsten Phasen des Jahres. Ihr seid geistig stark angeregt, neue Projekte auf den Weg zu bringen oder zu entwickeln. Haltet auch im Urlaub euer Smartphone oder Notizbuch bereit, um besondere Einfälle zu notieren. Es können sich auch wichtige Leute aus eurem Netzwerk bei euch melden und neue Ideen diskutieren wollen. Ideal ist der Monat, falls ihr eine Reise und eine Fortbildung miteinander verbinden könnt. Und Selbstständige, die Urlaubskurse anbieten oder jetzt Hochsaison haben, dürfen sich über viel Zuspruch und Erfolg freuen. Einziger Wermutstropfen ist der Spannungsaspekt von Chiron aus dem Widder heraus auf die Steinbock-Sonne. Der kann gesundheitliche Probleme anzeigen, wenn ihr euch übernehmt. Möglich auch, dass ein Familienmitglied geschwächt ist und eure Hilfe braucht, wodurch ihr möglicherweise auf berufliche Gelegenheiten verzichten müsst. Das wäre dann eine echte Chiron-Lektion. Aber davon abgesehen, sieht es rosig aus. Auch in der Liebe. Für die Singles unter euch sind die Flirtchancen ganz ausgezeichnet, zum Beispiel für eine Urlaubsliebe. Und auch für die Festliierten bringen die Aspekte der Liebesplaneten prickelnde erotische Impulse. Wahrscheinlich habt ihr manchmal die Qual der Wahl, nochmal reisen und sich privat amüsieren oder doch beruflich Gas geben. Für das private Glück sieht die erste Monatshälfte besonders gut aus. Finanziell ergeben sich diesen Monat ebenfalls immer wieder gute Gelegenheiten. Gleich in der ersten Woche gibt es einen Aspekt für Lottoglück, wie auch für Gewinne durch mutige Spekulationen. Und falls ihr kreativ tätig seid, können sich eure Produkte unerwartet gut verkaufen. Es kann aber sein, dass euer fester Schatz der Meinung ist, ihr gebt euer Geld für das Falsche aus, zum Beispiel für ein teures Hobby. Sicher wäre es nicht richtig für euren persönlichen Spaß, die gemeinsame Kreditkarte zu plündern. Im Zweifelsfalle wartet noch ein bisschen ab bis zum Neumond am 8. August. Der fällt auf einen Sonntag und steht bei euch im Bereich der festen und verbindlichen Beziehungen und auch der Finanzverträge. Das kann eine gute Gelegenheit sein, um hier einen gemeinsamen Neuanfang in eurer Beziehung zu machen. Sei es, dass ihr eure Partnerschaft verbindlich machen wollt oder dass ihr gemeinsam über anstehende Projekte oder Anschaffung nachdenkt und entscheidet. Für spirituelle Steinböcke ist es auch ein schöner Neumond, um sich mit magischen Themen zu beschäftigen. Und er ist auch gut geeignet für eine Wunschmeditation, sowohl hinsichtlich eurer Liebeswünsche als auch eurer persönlichen Weiterentwicklung. Am 11. August und für den Rest des Monats unterstützt euch zusätzlich der Merkur bei allem Organisatorischen, euren Plänen und euren Ideen. Direkt in der Woche nach dem Neumond gibt es eine weitere super starke Phase für finanzielle Verhandlungen und lukrative Abschlüsse. Ihr versteht es dann auf charmante Art von eurem Standpunkt zu überzeugen und habt außerdem eine super Intuition dafür, was potenzielle Kunden oder Geschäftspartner sich wünschen. Ihr könnt in dieser Zeit auch gut einen Kredit beantragen. Am 16. August wandert die Venus weiter in die Waage und aktiviert damit für drei Wochen euer kosmisches Karrierehaus. Bis zum 23. August sind die Aspekte dann sehr günstig, falls es im beruflichen Umfeld etwas mit Kolleginnen und Kollegen oder in Bezug auf weibliche Themen zu klären gibt. Ihr bekommt dann viel Rückhalt, beziehungsweise es lohnt sich auch, wenn ihr eurerseits Kolleginnen unterstützt und mit ihnen an einem Strang zieht. Das hat damit zu tun, dass Lilith bei euch ja jetzt im Berufshaus steht. Deswegen geht es da auch häufiger um Kolleginnen. Am Sonntag, den 22. August, haben wir um 14.01 Uhr Vollmond im Wassermann. Dadurch wird Wohlstandsplanet Jupiter aktiviert und der steht bei euch im Geldhaus. Wieder eine finanzielle Trumpfkarte des Kosmos für euch. Wenn ihr Rituale mögt, könnt ihr ein Vollmondritual zum Thema Reichtum und Fülle abhalten und den Geldfluss zu euch hinlenken. Sonntagnacht um 23.34 Uhr geht die Sonne in die Jungfrau und dadurch erhalten eure Produktivität und euer Ideenreichtum nochmal für vier Wochen Auftrieb. Die Woche ab dem 23. August eignet sich hervorragend zum Verhandeln und überzeugen. Und falls ihr in dieser Zeit einen Kurs gebt oder euch selbst fortbildet, wird das wahrscheinlich ein voller Erfolg. Zudem könnt ihr gute Karriereentscheidungen treffen oder Verträge unterschreiben, die langfristig lukrativ sind. Dabei kann ein beruflicher Kontakt, den ihr immer gepflegt hattet, eine wichtige Rolle spielen. Das Wochenende vom 28. und 29. August solltet ihr mal für die Liebe und euer Privatleben freihalten. Am 30. August geht der Merkur in die Waage und aktiviert dann für drei Wochen euer kosmisches Karrierehaus. Dann geht es gleich beruflich munter weiter. Das waren eure Tendenzen im August und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Es gibt jetzt den Text zu eurem Sternzeichen für kleines Geld als PDF zum Download, genau wie auch die kosmische Schwingung mit allen Daten und Planeteninfos. Den Link dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Hallo, ihr fabelhaften Wassermanngeborenen und Wassermann-Ascendenten. Partnerschafts- und Liebesthemen sind auch im August für euch großgeschrieben, sowohl was Flirtchancen für Singles angeht, als auch spannende Entwicklungen in euren festen Partnerschaften. Mit Saturn in eurem Zeichen seid ihr außerdem langfristig auch beruflich stark engagiert und jetzt kommt ja bis zum Jahresende auch nochmal Jupiter im Wassermann dazu. Beide regen euch an, über eure persönliche Entwicklung und eure Karriere nachzudenken und auch, welche Rolle Beziehungen und Privatleben dabei spielen. Der Monat startet mit der Sonne und Merkur im Löwen in eurem Partnerhaus. Das ist sehr gut für Gespräche und Begegnungen. In den ersten Tagen des Monats reagiert ihr vielleicht noch etwas zögerlich, wenn Leute auf euch zugehen, aber das legt sich bald und ihr lasst euch gerne ansprechen und seid offen für neue Perspektiven. Falls ihr beruflich wichtige Gespräche führen wollt, solltet ihr die möglichst auf die Zeit nach dem 5. August verlegen. In euren festen Partnerschaften kann es in der ersten Monatshälfte herausfordernde Situationen geben und dabei kann es um das gemeinsame Geld gehen. Vielleicht seid ihr euch nicht einig darüber, wofür es ausgegeben werden soll oder ihr möchtet in ein persönliches Herzensprojekt investieren und euer Schatz fühlt sich dabei übergangen. Es kann sich aber auch um einen Liebeskonflikt handeln. Vielleicht habt ihr fremd geflirtet oder zumindest sieht es für euren Partner so aus. Ihr solltet euch dann gesprächsbereit und offen zeigen und die gefühlsmäßigen Nöte des Partners oder Partnerin ernst nehmen. Für Singles stehen die Sterne ja grundsätzlich prächtig, um eine prickelnde Affäre zu beginnen. Aber auch da kann es Konflikte geben, die eure Werte oder Besitztümer, die ihr mit anderen habt, betreffen. Seid einfach bei neuen Liebschaften erstmal sehr zurückhaltend damit, wie viel Geld ihr in dem Zusammenhang ausgebt oder wie viel Einblick ihr der neuen Person gewährt. Diese Anspannungen legen sich bald nach dem Neumond am Sonntag, den 8. August. Der fällt bei euch ins Partnerhaus und kann den Beginn einer spannenden neuen Beziehung oder Affäre anzeigen. Für die Neumond-Meditation bietet es sich an, dass ihr euch mit Partnerschaftsthemen oder Wünschen beschäftigt. Generell müsst ihr auch diesen Monat wieder damit rechnen, dass nicht alles rund läuft und dass sich in dem Spannungsfeld zwischen persönlichem Ehrgeiz, Familienverpflichtungen und Beziehungswünschen Pläne plötzlich ändern. Ihr könnt nicht immer so, wie ihr wollt, sondern müsst manchmal eure persönlichen Angelegenheiten zurückstellen, weil etwas anderes wichtig wird. Deswegen lasst möglichst Luft in eurem Terminkalender, damit ihr flexibel reagieren könnt und nicht zeitlich ins Gedränge kommt. Ab dem 16. August bekommt ihr für drei Wochen wunderbare Unterstützung von der Venus, die dann in die Waage geht. Das ist super schön für die Liebe, da läuft es dann viel runder. Neue Flirts haben dann das Potenzial, sich zu etwas Langfristigem zu entwickeln. Und wenn ihr bereits eine neue Liebelei am Laufen habt, wundert euch nicht, wenn ihr anfangt, über seriösere Themen zu reden oder eventuell sogar über eine gemeinsame Zukunft nachzudenken. Natürlich hilft die Venus-Harmonie auch den Festliierten unter euch und falls der Haussegen wirklich wegen Finanzfragen schiefhängt, lässt sich das in der zweiten Monatshälfte liebevoll klären. Vom 17. bis zum 22. August habt ihr außerdem günstige Aspekte, die eure familiären beziehungsweise wohnlichen Angelegenheiten gut voranbringen können. Zum Beispiel, wenn es um eine gemeinsame Anschaffung für euer Heim geht. Möglich ist auch eine Zuwendung seitens der Familie oder auch, wenn ihr mit Sorgerechtsangelegenheiten zu tun habt, etwa, dass der Ex-Partner plötzlich Geld locker macht. Oder ihr findet durch Bekannte oder Familienmitglieder endlich die Wohnung, nach der ihr schon länger gesucht hattet. Und das kann alles ziemlich überraschend passieren. Und dann solltet ihr schnell reagieren. Am 22. August ist Vollmond im Wassermann und der aktiviert Glücksplanet Jupiter, der ja jetzt bei euch im Zeichen steht. Das kann nochmal positive Entwicklungen in euren Partnerschaften anstoßen und eignet sich auch für ein Vollmondritual zu Beziehungswünschen. Und in der Nacht des 22. August geht dann die Sonne in die Jungfrau und aktiviert für vier Wochen eure verbindlichen Partnerschaften und auch Vertragsangelegenheiten. Deswegen, auch wenn Saturn euch gelegentlich zu Alleingängen anstiften will, ihr solltet in Verbindung bleiben mit privaten Beziehungspartnern und Partnerinnen, mit der Familie und auch mit wichtigen Geschäftspartnern und Partnerinnen. Denn gemeinsam mit solchen wichtigen Menschen könnt ihr im August viele Fortschritte machen. Das waren eure Tendenzen im August und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Es gibt jetzt den Text zu eurem Sternzeichen für kleines Geld als PDF zum Download, genau wie auch die kosmische Schwingung mit allen Daten und Planeteninfos. Den Link dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Die Liebesplaneten Venus und Mars wandern im August durch euer Partnerhaus und lassen es prickeln. Die Venus bringt euch in Kontakt mit süßen Frauen und Freundinnen. Der Mars zeigt attraktive Flirtpartner, die euch bezirzen, indem sie euch Hilfe anbieten und sich als geschickt erweisen. Es kann aber auch sein, dass sie euch ein wenig sticheln und mit kritischen Bemerkungen provozieren. Ich denke, das durchschaut ihr schnell, wenn in Wirklichkeit ein lebhaftes Interesse an euch dahinter steckt. Gleichzeitig bildet in den ersten Tagen des Monats die Venus einen sehr anregenden Aspekt für tolle Gespräche, Kontaktanbahnung und die Begegnung mit ungewöhnlichen und interessanten Leuten. Beruflich können sich in der ersten Augustwoche Hindernisse und Verzögerungen im Zusammenhang mit der Arbeit ergeben oder jemand fällt aus und ihr müsst die Vertretung übernehmen. Für Selbstständige kann plötzlich ein Auftrag hereinkommen. Das kann etwas anstrengend werden, würde sich aber finanziell lohnen. Leichter wird es mit dem Neumond am 8. August. Das ist ein Sonntag und der fällt bei euch in den Bereich Arbeitsalltag und Gesundheit. Und es lohnt sich deshalb, über solche Themen nachzudenken. Vielleicht gibt es in eurem Arbeitsumfeld etwas zu verbessern. Ihr könnt euch auch vornehmen, im kommenden Mondzyklus anstehende Gehaltsverhandlungen zu führen. Sehr günstig steht der Neumond auch, falls ihr Gesundheitsthemen habt. Dann solltet ihr ernsthaft überlegen, in den kommenden vier Wochen etwas für die Verbesserung eurer Gesundheit zu tun oder eine alte, schlechte Angewohnheit durch eine gesunde neue zu ersetzen. Ihr könnt auch in der Neumond-Meditation darum bitten, für ein Problem einen passenden Heiler oder eine Ärztin zu finden oder eine neue Methode, die euch wirklich hilft. In der Woche nach dem Neumond habt ihr ein Highlight für Liebe und Partnerschaft. Das sind sehr romantische Tage, in denen ihr tiefe Verbundenheit und intensive Liebeserfahrungen erleben könnt. Die Basis dafür sind Vertrauen und Ehrlichkeit, denn ihr oder euer Gegenüber blickt nun hinter die Oberfläche und erkennt euer wahres Wesen. Ab dem 16. August geht die Venus für drei Wochen durch die Waage und damit bei euch durch den kosmischen Bereich der festen und verbindlichen Beziehungen, aber auch der gemeinsamen Werte. Vom 17. bis zum 23. August habt ihr eine sehr günstige Phase, um gemeinsame Projekte in Partnerschaft und Familie in Angriff zu nehmen. Während dieser Zeit gibt es auch einen beruhigenden Aspekt zu Lilith, die ja jetzt in Spannung zu eurer Sonne steht. Das heißt, falls es schwelende Konflikte mit weiblichen Personen in eurem Haushalt gibt, könnt ihr jetzt Lösungen anstreben oder neue Strukturen schaffen, die längerfristig für Abhilfe sorgen. Dieses Zeitfenster solltet ihr ausnutzen, denn direkt am Anschluss kann es vorübergehend zu Missverständnissen kommen. Am Sonntag, den 22. August, ist Vollmond im Wassermann. Der aktiviert, wie schon der Neumond, nochmal eure Arbeits- und Gesundheitsthemen. Achtet mal drauf, vielleicht zeigt sich dann schon ein erster Erfolg einer Maßnahme, die ihr zum Neumond eingeleitet habt. Der Vollmond aktiviert auch eure spirituellen Energien und eignet sich von daher sehr schön für ein Ritual, um in Kontakt mit eurer inneren Führung zu kommen. Ihr könnt auch einfach um Glück und Fülle auf allen Ebenen bitten, denn der Vollmond aktiviert auch Jupiters segensreiche Kräfte. Sonntagnacht um 23.34 geht die Sonne in die Jungfrau und belebt dann für weitere vier Wochen den kosmischen Partnerschaftsbereich eures Horoskops. Die gesellige Phase mit vielen Möglichkeiten, Leute kennenzulernen oder auch mit interessanten beruflichen Kontakten ins Gespräch zu kommen, setzt sich dann weiter fort. Gleich in der Woche nach dem Vollmond habt ihr sehr gute Aspekte für Verhandlungen und um wichtige Allianzen aus eurem beruflichen Netzwerk zu bilden. Die gesamte zweite Monatshälfte kann euch Begegnungen bringen, die ungeheuer inspirierend sind und zwar nicht nur privat, sondern auch beruflich. Dabei kann es sein, dass Leute Spaß daran haben, euch zu necken und zu provozieren, denn der Maß ist ja immer noch im Spiel. Davon solltet ihr euch aber nicht einschüchtern lassen. Ihr seid selber ausgesprochen witzig und schlagfertig. Auch falls ihr mit Wort und Sprache arbeitet, als Blogger oder in den Social Media, seid ihr wahrscheinlich in der zweiten Augusthälfte besonders inspiriert. In den letzten Tagen des Monats raten euch die Sterne sehr klar zu kommunizieren und alle Vereinbarungen zuverlässig einzuhalten. Das waren eure Tendenzen im August und die könnt ihr auch noch mal nachlesen. Es gibt jetzt den Text zu eurem Sternzeichen für kleines Geld als PDF zum Download, genauso wie auch die kosmische Schwingung mit allen Daten und Planeteninfos. Den Link dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im August. Bitte denkt dran, in den Sternzeichenhoroskopen deute ich die wichtigen aktuellen Tendenzen, aber die können wahrscheinlich nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Denn auch andere Planeten und Faktoren eures Horoskops empfangen ja die aktuellen kosmischen Einflüsse. Mehr darüber erfahrt ihr in meinen PDF-Horoskopen. Es gibt ein Geburtshoroskop, die Jahresvorschau und auch ein Partnerhoroskop. Die werden jeweils auf der Basis eurer persönlichen Geburtsdaten berechnet und sind dann speziell für euch gültig. Alle Produkte findet ihr auf meiner Homepage unter www.antonialangsdorf.com-astroberatung und den Link dazu gibt es hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Neu sind jetzt auch meine PDFs mit den Monatshoroskopen vom August als Skript. Da könnt ihr noch mal in Ruhe nachlesen, was hier in dem langen Video besprochen wurde. Und ich habe noch mehr PDFs für euch erstellt mit Inspirationen für euer persönliches Neumond- oder Vollmondritual mit der 90-Sekunden-Regel und über Lilith in den Zwillingen. Alle PDFs könnt ihr für kleines Geld über meine Homepage bestellen und die Links findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Der nächste Livestream findet statt am 6. August um 21 Uhr. Dann besprechen wir den Neumond im Löwen und die aktuellen kosmischen Neuigkeiten. Dabei gibt es auch wieder ein Gewinnspiel. Wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr euch über meine Homepage anmelden. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und mit einem Kanal-Abo könnt ihr euch auch benachrichtigen lassen, sobald ich live gehe. Ich freue mich auch voll, wenn ihr mich mal auf Instagram besucht und abonniert. Ihr findet mich dort auch unter Antonias Sterne und da poste ich täglich Inspirationen zur Zeitqualität. Auf einem Geschenk im August. Ich verlose ein persönliches Partnerhoroskop als PDF. Das ist wunderbar, falls ihr jemand Neues kennengelernt habt und auch um zu schauen, welche Dynamik zwischen euch und eurem festen Partner herrscht. An der Verlosung nehmt ihr teil, indem ihr mir hier einen konstruktiven Kommentar postet. Sehr gerne dazu, wie meine Vorhersagen für euch funktionieren. Da kann ich noch was lernen. Und vergesst nicht dabei auch euer Sternzeichen zu nennen. Und ganz wichtig, falls noch nicht geschehen, abonniert bitte meinen Kanal. Das Abo ist kostenlos und hat den Vorteil, dass ihr euch benachrichtigen lassen könnt, wenn ich neue Videos hochlade oder live streame. Wer in der Verlosung vom August gewonnen hat, erfahrt ihr dann im Monatsvideo für den September. Hier geht's zum Kanal-Abo. Empfehlen möchte ich euch mein neues Video-Special über Lilith in den Zwillingen. Und falls ihr es noch nicht kennt, unbedingt das Video mit Christoph Niederwieser über die Luft-Epoche anschauen. Und über die Arbeit mit Ritualen haben wir im Livestream zum Göttinnen-Neumond ausführlich gesprochen. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.